Musik Ein mysteriöser Umschlag Antenne gegen Skat AV Musik Deutlich schärfer, wenn man das halt sagen kann, bei der Auflösung der Konsole Das Antennenkabel, sofern man jetzt den Sendersuchlauf gestartet hat und das Signal auch angekommen ist, liefert also auch ein ganz gutes Bild, ist aber deutlich verwaschener Wenn man jetzt nur das pure Antennensignal nutzt, ist es echt okay, wenn man es halt so ein bisschen verwaschen mag, auch total in Ordnung Mit einem RF-Adapter ist das Bild relativ schlecht, das kann ich also nicht weiterempfehlen Am besten auf RF-Switches verzichten Ich habe mir jetzt noch zusätzlich einen gekauft, um es mal auszuprobieren Das ist also wirklich, so wie man das auch von früher noch kennt, in schlechter Erinnerung quasi geblieben Und ich habe jetzt immer noch diesen nutzlosen Mega Drive 2 Antennen-Switch hier rumliegen Naja Ich habe jetzt Super Hang-On nochmal angezockt Für mich also ein großer Spaß, einmal natürlich aus nostalgischen Gründen, weil ich das von früher kenne und vor allem der Sound mir halt noch im Gedächtnis war Man kann da wählen aus vier Tracks und die sind wirklich ziemlich cool Das ist auch übrigens ein Vorteil zu dem Master System Spiel, was noch ohne Soundtrack ausgekommen ist Bei Super Hang-On ist auch die Turbo-Funktion ziemlich nice Und was auch cool ist, ist die Steuerung Für heutige Verhältnisse etwas seltsam ist so eine kleine Latenz, wenn man jetzt von links nach rechts in die Kurve geht Das heißt, dieses sich in die Kurve reinhängen kann man wirklich auch wortwörtlich dann übernehmen Und dieses Feeling kommt eigentlich bei der Mega Drive Version, finde ich zumindest, am besten drüber Das ist ja, 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 das